Von Bäcker zu Bäcker, eine Brücke über Neckar, A6, Paris, Heilbronn. Technologie und F&E, 5 Milliarden, BIP, Kultur, Nightlife, Heilbronn. Sonntheim und Europaplatz, Künzelsau und Schwäbisch Hall, dynamischer Bildungsstandort, Heilbronn. Heilbronn, Heilbronn, du Perle des Südens, wie ein Bonbon im Munde zerfließend. Heilbronn, Heilbronn, wie ich auf dich stieß, in der Metropolregion Paradies. Modern ist unser Städtchen auch, mit viel Beton und Plattenbau, Weltkulturerbe, Wollhaus, Heilbronn. Langeweile kommt nicht rum, durch ständige Veränderung, kreative Straßenführung, Heilbronn. Heilbronn lädt zum Verweilen ein, bei gutem Preis für Bier und Wein, viel günstiger als auf der Köl in Düsseldorf. Heilbronn, 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 du Perle des Südens, wie ein Bonbon im Munde zerfließend. Heilbronn, Heilbronn, wie ich auf dich stieß, in der Metropolregion Paradies. Heilbronn nach Tauberbischofsreim, A81 bringt dich ein, und dort genießt du den Wein aus Blein. Allein! Heilbronn ist eine große Stadt, weil sie nen Finnenhafen hat, den größten seiner Art abseits des Rheins. Zwei Stadtbahnlinien führen hinaus, ja, die Heilbronner kennen sich aus, deswegen nennt man sie auch Talente, 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 Talente. Heilbronn, 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 du Perle des Südens, wie ein Bonbon im Munde zerfließend. Heilbronn, Heilbronn, wie ich auf dich stieß, in der Metropolregion Paradies. Heilbronn, 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 du Perle des Südens, wie ein Bonbon im Munde zerfließend. Heilbronn, Heilbronn, wie ich auf dich stieß, in der Metropolregion Paradies. Heilbronn, 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 was macht dich genial? Betriebswirtschaftsvereinternational. Betriebswirtschaftsvereinternational.